So, ich habe nichts gesehen, vielleicht war es auch mit Tieferliegen, das kann man ja nicht wissen. Jedenfalls wollen wir jetzt mal checken, wie es aussieht in Leipzig, ob ihr bereit seid. Das ist der erste Tag, ihr müsstet alle noch fit sein. Wer ist eigentlich direkt aus Leipzig? Wer ist direkt aus Leipzig? Koffes Handzeichen. Wer ist nicht aus Leipzig? Wer wäre gern aus Leipzig? Das sind die meisten. Wir freuen uns auch immer hierher zu kommen. Wir sind viel unterwegs, ihr wisst das. Erst gestern war in Göttingen, letzte Woche wieder unsere Tournee Aufbau Westfarm in Hannover. Aber heute sind wir zu Hause und wir freuen uns, dass wir wieder das Stadtfest hier auf der Bühne mit eröffnen dürfen. Und wir fühlen uns wohl und wollen natürlich wissen, ob in unserer Heimatstadt die Musik, die wir seit über 25 Jahren spielen, immer noch gehört wird. Seien wir bereit für Rock'n'Roll! Spe absorbs auch immer ein wenig konancen. Seien wir auf peak, wie es aussieht, bevor wir Got bug es versuchen. In Martin Luther Dannen waren wir ganz schön in Albania undάνientos. Wo überhaupt? Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.